Dere Freunde, ich bin's wieder, euer Flexi, und herzlich willkommen zu einem neuen Einfang von The Binding of Isaac, Wrath of the Lamp, von Null bis Platinum, Gott, Staffel 1. Ja, passt mal auf, ich zeig euch gleich mal was. Oh, jetzt muss ich erstmal gucken, wo das ist. In der Kollektion? Ja, Delete Safe. Bist du dir sicher, dass du... Ja. Ja. Start, und wir fangen wieder mal ganz von vorne an, wir freuen uns. Auf geht's. Bisschen schade, vielleicht kann mir da irgendjemand helfen mal irgendwann, ich kann das Spiel nicht mit Hypercam aufnehmen, äh Quatsch, nicht mit Fraps aufnehmen, wo ich doch schon gerne mit Fraps aufnehme zur Zeit. Isaac scheint das einzige Spiel zu sein, was ich nur mit Hypercam aufnehmen muss, weil ich einfach nicht möchte und so. Egal, kann man nix machen. Fangen wir einfach an, ihr wisst ja noch, wie es geht. Für alle, die es nicht wissen, The Binding of Isaac ist so ähnlich wie The Legend of Zelda. Und eine Mischung aus Legend of Zelda und Diablo kann man sagen. Also ich habe hier meine drei Herzen und Spinne ge... Das war fies und schlau. Ich habe hier oben mein Kärtchen, muss zum Endgegner kommen, kann aber auch Sachen einsammeln, hat mein Herz nicht verlieren kann. Ihr werdet es alles im Laufe des Spiels sehen. Ich werde schauen, dass ich die Items, die ich weiß, euch erklären kann. Und ansonsten viel Spaß. Alles weitere wird im Spiel immer wieder und wieder erklärt. Hallo? Ich wollte gerade sagen, willkommen bei Mr. Stinklangweilig. Hau ab. Hau, haust du ab. Hau, haust du ab. Ja, voll. Ersteigen. Nein. Ein Seelenherz. Ein Seelenherz ist... Ist es ein Soulheart? Nee, Soulheart ist nicht. Ist ein Eternalheart. Jetzt habe ich es. Ein weißes Herz sind... Die Herzen sorgen einfach dafür, dass wenn ich jetzt mit dem halben Herz, ohne dass ich es mir weghauhe, in die nächste Ebene schaffe, bekomme ich einen kompletten Herzcontainer neu. Aber das werde ich jetzt nicht mehr schaffen, weil ich bin. Kacke. Und wir sind in unserem ersten Item-Raum. Dann bekommen wir gleich mal den Wooden Spoon, den Löffel, der ihn schneller macht. Speed up. Ich werde wahrscheinlich jeden Run ein Video machen. Beziehungsweise wenn der Run zu lange wird. Was denn dann sein wird, wenn ich Mom oft genug besiegt habe und Mom's Herz rauskommt. Dann werde ich in zwei Videos cutten, aber ansonsten gucken wir halt mal. Der Duke. Der leichteste Endgegner, aber auch einer der nervigsten meiner Meinung nach, wenn man keine Damage hat, wie ich gerade. Wollte her spawnen fliegen. Oh ja, ins G. Ich darf, möchte, will nicht getroffen werden. Haust du ab! Ich komme schon wieder zur Gossen-Sprache. Ich muss meine Turtle-Hart behalten. Oh Gott, der rückt halt in einem Tor fliegen aus. Und das interessiert ihn halt auch überhaupt nicht, was ich mache. Wie gesagt, das kann jetzt ein bisschen dauern. Einfach, pfff, haut's ab. Das kann sich aber noch mal eine Dauern bei Isaac noch keine Pappe auf der Schulter, also der hat überhaupt noch keine Kraft. Das ist sehr schwach. Boah, ich brauche die Kacke auf den Kopf. Boah, wir treffen wären, treffen würden wäre, wäre mal was hier. Mal in die Fresse, du machst aber auch hier in unglaublicher Geschwindigkeit. Und wie würden jetzt meine Freunde sagen, jetzt ist dein Arschwescht. Ja, ich komme aus Bayern. Auch wenn manche Leute sagen, ja, Bayern, das ist ja nicht Deutschland und ja kein Bundesland und alle in Bayern können normal reden. Wie ihr seht, ich kann normal reden. Vielleicht lispel ich einfach mal auf und zu und mein Fett in den Backen sorgt dafür, dass ich ein bisschen luschele. Aber ansonsten rede ich ganz normales Hochdeutsch. Ja, auch das ist möglich. Miel! Ich bekomme einen Herzcontainer dazu. Hätte aber gern noch einen gehabt. Hab einen Schlüssel, ein Geld, eine Bombe. Oh Gott, ich hab ja... Also wenn es schon so anfängt hier. Hau ab. Ah, Spider-Man! Toll, die Kacke hat mich nicht durchgelassen. Stell dir mal vor, dass wir im echten Leben auch so... Nein, Hundescheiß, ich bin verloren. Ich komme nicht rechtzeitig zur Arbeit. Oh, ne Truhe. Was ist der Pushpin? Was war das jetzt nochmal? Pushpin weiß ich nicht. Ich glaube, der macht ab und zu mal mehr Damage. Glaube ich. Hört sich auf jeden Fall so an. Ich werde meinen Schlüssel nicht dafür verbrauchen. Weil hier ist noch ein Itemraum. Auf jeder Ebene gibt es ein Itemraum. Oder mal wenn wir eine XL-Ebene haben, zwei. Aber ansonsten... Gut, ich bin quasi tot. Die ekelhafteste Gegend, die es am Anfang überhaupt noch gibt. Da, schaut mal her. Random Bewegungsmuster-Dingencies. Die ist gestirbt. Also, ich werde die erste Staffel von Bicek... ...vom Einlegen auf Isaac... ...werde ich nicht 50 Parts machen, sondern 50 Runs. Jetzt werde ich mir den Schlüssel nehmen. Das wären keine 50 Parts, genau 60. Während es sind immer 50 Runs. Boah, wie... Naja, ich möchte mich jetzt mal nicht beschweren. Wir rennen hier weiter. Bitte. Und... ...putzter, kratzter. Bitte, tut mir leid, dass ich... Tut mir leid. Das war jetzt schön. Tut mir leid, meine Klubsicht, dass ich das jetzt nicht mit Dingen aufnehmen kann. Eine Pille. Friends Tillient. Wie ihr seht, bringt mir ein bisschen... Ja, fliegen. Soll, ne? Es kann sein, dass jetzt die Grafik und alles wesentlich schlechter ist. Tut mir leid, kann ich nichts ändern. So, dann gucken wir, was wir hier noch alles finden, ne? Und da drüben ist noch ein Räumchen. Die Inner Eye sorgt dafür, dass ich drei Schüssel schießen kann, wie ihr jetzt wahrscheinlich schon gesehen habt. Boom, 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 boom. Und ich bekomme noch ein drittes... Okay, auf der Stirn. Oh, das war cool. Bam. Maust du ab. Machen natürlich auch mehr Schaden, wenn ich drei Dinger mache, ist klar. Boah, was hier ist? Ich glaube, ich weiß, wo... der Geheimraum ist. Guck mal einfach mal. Siehst du gut aus. Ah, 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 ah. Ach komm, unsere zwei Münzchen da. Nix. Und? Und? Ein Schlüssel. Kann man immer gebrauchen. Und wenn es für die nächsten Itemräume ist. Ein paar Herzen habe ich noch. Gucken wir mal, wie ich mich für einen Boss anstelle. Solange es nicht Piep ist, dürfte das alles funktionieren. Jetzt habe ich es beschrieben. Darum möchte ich auch reingucken, aber nach dem Boss. Oh, das ist einfach. Was lustig an dem Kerlchen ist, dass der sich auch gerne mal selber anspuckt. Sich selber Schaden macht. Oh, ich schieße jetzt einfach so erbärmlich langsam. So, zum Beispiel. Oh, nicht getroffen, schade. Meistens trifft er sich dann selber. Wow. Verarsch mich nicht, Alter. Und tschüss. Eine radioaktive Spinne. Spinne has appeared in the Bicep. The Pagent Boy. Bringt mir ein bisschen Geld. Eigentlich meiner Meinung nach ein sehr schlechtes Item, aber... Ich gehe jetzt mal noch hier rein. Öffne die Truhe und willkommen in drei Fliegen. Das hat auf jeden Fall Sinn gemacht. Und dabei die nächste Ebene. Bin übrigens kein guter Eiswegspieler, falls sich irgendjemand wundern sollte. Überhaupt nicht. Au, zapp. Boah, leck. Die Mitte ist am uncoolsten. Wenn der Mittlere mich trifft, dann verliere ich gleich ein ganzes Herz. Beim Aufhören. Ja, wie ihr seht, ich bin ein extrem guter Eiswegspieler. Ich habe nicht meine Bombe. Teleportation für die Idioten. Sorgt dafür, dass ich Homingshots kriege für eine bestimmte Runde. Was für einen Raum halt, wenn ich es einsetze. Das zeige ich euch vielleicht. Wahrscheinlich beim Bus. Wenn ich so weit komme. Ich sehe ja, dass mein erster Raum wieder dermaßen gut ist. Ich komme gar nicht mehr klar. Hallo. Und Chess, ihr Nippenfliegen. Oh, ich hasse die Dinger. Hau ab. Raus, haus, haus, hau ab. Okay. Wenn ich bei dem Spiel auch ein bisschen ruhiger bin, das ist sausackisch schwer. Jetzt am Anfang noch nicht. Ich stelle mich gerade einfach bloß blöd. Aber es wird jeweils sausackisch schwer. Und deswegen kann es auch mal sein, dass ich mich auf und zu mal konzentriere. Soll es auch geben. Weil Let's Playen ist, wie der Erwarten, nicht so einfach. Also reden und dabei spielen die einen können es, die anderen nicht. Und dann geht es noch mich. Kann gar nichts. Kleiner Turtel, der meint, weil er jetzt spielt, ist ja cool. Warum ich mich jetzt ewig lang nicht gemeldet habe, ähm, also ganz nebenbei. Ich bin, äh, jawohl, Herzchen. Ich hatte viel in der Arbeit zu tun, weil Weihnachtsgeschäft ist. Oder war. Ich bin Koch, wie einige von euch meine treuen Abonnenten wissen sollten. Und wenn Weihnachtsgeschäft ist bei uns. Die Hölle los. Und, ja, da habe ich nicht wirklich Zeit. Außerdem gab es dir noch familiär einige Sachen zu klären. Und dann habt ihr mich jetzt schön eingekreist, ihr Pissnelken. Und ich bin tot. Hatte noch familiär einiges zu klären, weil wir jetzt, wie es geplant war, meine Freundin wieder schwanger ist und ich zum zweiten Mal Papa werde. Schön, oder? Okay. Also, das war mein erster Run. Schauen wir mal, ob alles so weit funktioniert hat. Das ist jetzt wunderbar. Das war mein erster Run. Und ich sage... Jerry, bis zum nächsten Part von The Binding of Isaac.